Auslegung der Heiligen Schrift von Johannes Calvi Der Kolosserbrief Dieser Kommentar trägt den Titel Engelverehrung Kolosser, Kapitel 2, die Verse 18 und 19 Niemand entreiße euch die Palme, der sich gefällt in falscher Demut und ist ohne Ursache aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gefügt und zusammengehalten wird und so wächst zu der Größe, wie Gott sie will. Wie wir in Vers 18 lesen Niemand entreiße euch die Palme Der Apostel spielt auf die Läufer oder Wettkämpfer an, denen die Siegespalme bestimmt ist, wenn sie nicht mitten oder auf der Kampfbahn oder nach Beginn des Wettkampfes aufgeben. Er belehrt also die Kolosser, dass die falschen Apostel auf nichts anderes aus sind, als ihnen die Siegespalme wegzunehmen, weil sie sie von ihrem geraden Lauf wegführen. Darum muss man sie fliehen wie die verderblichste Pest. Die Stelle ist aufmerksam zu beachten. Alle, die uns von der Einfalt Christi wegführen, unterschlagen uns den Kampfpreis der himmlischen Berufung. Dann lesen wir ferner Der sich gefällt in falscher Demut Paulus zeigt die Art der Gefahr an, vor der die Kolosser sich hüten sollten, wie wenn er sagte, Demut und Verehrung der Engel stehen in enger Verbindung, denn das eine folgt aus dem anderen. Das gleiche behaupten heute die Papisten, wenn sie über die Heilsverehrung philosophieren, denn aus dem tiefen Sturz des Menschen folgen sie, dass man Mittler suchen müsse, die uns helfen. Nun aber hat sich Christus so tief erniedrigt, dass wir uns geradewegs an ihn wenden sollen, wie elende Sünder wir auch sein mögen. Ich weiß, dass viele die Verehrung der Engel anders auslegen. Sie verstehen sie als die menschliche Gestaltung dessen, was die Engel den Menschen mitgeteilt haben. Der Teufel hat immer unter dieser Aufschrift seinen Betrug empfohlen. Heute prallt der Papst, dass alle Possen, mit denen er den reinen Gottesdienst gefälscht hat, Offenbarungen sind. In ähnlicher Weise behaupten er einst die Geisterbanner, von Hand zu Hand sei ihnen das von den Engeln überliefert worden, was sie an abergläubischen Gebräuchen erdichteten. Daher glauben jene, dass Paulus hier alle erdichteten Gebräuche tadelt, die unter Berufung auf die Autorität der Engel fälschlich empfohlen wurden. Aber meines Erachtens tadelt er hier vielmehr den törichten Einfall, die Engel zu verehren. Deshalb ist er gleich von Anfang des Briefes an so eifrig darauf bedacht gewesen, die Engel in die Schranken zu weisen, damit sie die Herrlichkeit Christi nicht verdunkeln. Wie er sich im ersten Kapitel den Weg gebahnt hat, um die Zeremonien aufzuheben, so ist er auch darauf bedacht gewesen, alle Hindernisse zu beseitigen, die uns von dem Christus allein abziehen. Wozu auch der Engeldienst gehört? Von Anfang an haben abergläubische Menschen die Engel verehrt, damit ihr Dienst ihnen den Zugang zu Gott öffne. Mit diesem Irrtum haben die Platoniker auch die christliche Kirche befleckt. Denn wie immer Augustin im 10. Buch seiner Schrift vom Gottesstaat sie scharf angreift und wie sehr er ihre Erörterungen über die Verehrung der Engel verurteilt, so stellen wir jedoch fest, was tatsächlich eingetreten ist. Vergleicht jemand die Schriften Platos mit der papistischen Theologie, wird er allerdings feststellen, dass diese Theologie ihr Geschwätz über den Engeldienst von Plato entlehnt hat. Zusammengefasst lautet diese Lehre, um des glückbringenden Laufe der Gestirne willen, müssen die Engel verehrt werden, die Plato Dämonen nennt. Diese Aussage macht Plato in der Epinomis, bestätigt sie im Kratylus und an vielen anderen Stellen. Was ist überhaupt für ein Unterschied zwischen den Papisten und Plato? Aber sie leugnen nicht, dass der Sohn Gottes der Mittler ist. Das leugnen nicht einmal die falschen Apostel, die Paulus bekämpft. Aber weil sie sich einbildeten, mit Hilfe der Engel zu Gott zu gelangen und meinten, es sei ihnen deshalb irgendwie Verehrung zu erweisen, stellten sie die Engel an den Platz, der Christus gebührt, und schmückten sie mit dem Amt Christi. Wir sollen also wissen, dass Paulus hier jede erdachte Verehrung verdammt, die den Engeln oder den Verstorbenen erwiesen wird, als ob diese nach der Himmelfahrt mit dem erhöhten Christus Aushilfsmittler seien. Denn ebenso viel wenden wir uns von Christus ab, wie wir den geringsten Teil seiner Eigenschaften auf irgendeinen anderen übertragen, seien es Menschen oder Engel. Wir lesen dann ebenso in Vers 18, der sich eindringt in das, was er nicht gesehen hat. Das Zeitwort, dessen Partizip Paulus hier verwendet, hat verschiedene Bedeutungen. Die Überzeugung des Erasmus, prächtig einherschreitend, würde nicht schlecht passen, wenn es ein Beispiel für diese Beobachtung bei einem klassischen Schriftsteller gäbe. Wir erleben nämlich täglich, mit wie viel Zuversicht und Hochmut unbesonnene Leute, Entscheidungen, über unbekannte Dinge fällen. Gerade der vorliegende Fall, den Paulus behandelt, ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür. Denn so oft die Theologen der Sorbonne über die Fürsprache der Heiligen oder Engel handeln, verkündigen sie wie ein Orakel, dass die Toten unsere Nöte kennen und sehen, weil sie im Widerschein des göttlichen Lichtes alles sehen können. Doch was ist weniger gewiss? Ja, was ist dunkler und verworrener? Aber darin besteht eben ihre Willkür im Leeren, unerschrocken und kühn zu behaupten, wie sie selbst nicht nur nicht wissen, sondern was auch kein Mensch wissen kann. Die Übersetzung würde also passen, wenn diese Bedeutung des Wortes gebräuchlich wäre. Aber das Wort bedeutet im Griechischen einfach ein Herrschreiten. Zuweilen hat es auch die Bedeutung nachforschen. Wenn man das Wort so verstehen will, dann tadelt hier Paulus die Töricht der Neugier in der Erforschung dunkler Dinge, die unseren Sinnen verborgen sind und sie übersteigen. Aber ich glaube, es trifft den Sinn des Paulus genauer, wenn man übersetzt, der sich eindrängt in das, was er nicht gesehen hat. Die gewöhnliche Bedeutung des Wortes ist die Erbschaft antreten oder den Besitz antreten oder seinen Fuß irgendwo hinsetzen. Deshalb übersetzt Boudet diese Stelle in das als Besitz sich hineingeben oder eintreten, was er nicht sieht. Dessen Autorität bin ich gefolgt, aber ich habe ein treffenderes Wort gewählt. In Wahrheit bahnen sich Leute solcher Art mit Gewalt in den Weg und drängen sich in die Geheimnisse ein, deren Offenbarung uns Gott bis jetzt noch nicht gewähren will. Die Stelle ist zu beachten, um die Kühnheit derer zu widerlegen, die über die Grenze des Erlaubens hinaus nachforschen. Wir lesen weiter Ohne Ursache aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn Fleischlichen Sinn nennt der Apostel jeglichen Scharfsinn des menschlichen Verstandes. Den stellt er im Gegensatz zu der geistlichen Weisheit, die uns vom Himmel her offenbart wird nach dem Wort des Herrn. Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Jeden, der sich auf seine Vernunft verlässt, weil der ganze Scharfsinn des Fleisches in ihm seine Kraft zeigt, erklärt Paulus für einen ohne Ursache aufgeblasenen Menschen. Und wirklich ist alles ein Hauch, was die Menschen aus sich selbst denken. Daher liegt das Bleibende nur im Wort Gottes und in der Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Man beachte, dass solche aufgeblasen genannt werden, die mit dem Schein der Demut sich einschleichen wollen. Wie Augustin treffend an Paulinus schreibt, wird die menschliche Seele auf wunderbare Weise durch falsche Demut mehr aufgeblasen als durch offenbaren Hochmut. Und dann in Vers 19 Und hält sich nicht an das Haupt. Mit einem Wort verurteilt Paulus alles, was sich nicht auf Christus bezieht. Er beweist seine Aussage damit, dass von Christus alles kommt und abhängt. Darum, wenn jemand uns anderswohin als zu Christus ruft, wenn er auch sonst von Himmel und Erde schwanger sein mag, so ist er doch eitel und leer. Deshalb gebieten wir ihm unbekümmert, sich fortzumachen. Man beachte aber, von wem hier die Rede ist, von solchen Leuten, die Christus nicht öffentlich ablehnten oder verleugneten, aber sein Amt und seine Kraft nicht recht erfassten, andere Stützen und Mittel zur Erlangung der Seligkeit erdachten und nicht fest in Christus hafteten. Ferner lesen wir. Von dem her der ganze Leib durch Gelenke. Das bedeutet einfach, die Kirche steht unerschütterlich fest, wenn Christus, das Haupt, ihr alles darreicht. Daher liegt in Christus die ganze Erhaltung der Kirche beschlossen. Ein Leib hat zwar seine Muskeln, Gelenke und Bänder, aber sie alle empfangen ihre Lebenskraft von dem Haupt. sodass ihre Verbindung ganz von dort ausgeht. Was ist also zu tun? Die Beschaffenheit des Leibes wird richtig sein, wenn allein das Haupt, das den einzelnen Gliedern alles gibt, was sie haben, ohne Behinderung die Führung hat. Das nennt Paulus wachsend zu der Größe, wie Gott sie will. Er zeigt damit, dass Gott nur ein Wachstum gefällt, das seine Richtung auf das Haupt hin nimmt. Toda. Denn die Charakter ist im Ere, was sie haben. Das ist ein Wachstum. Das ist ein Wachstum. Das ist ein Wachstum.